Mein Name ist Dietmar Munz. Bei der Entwicklung des neuen Sprinters war ich zuständig für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen. Um den sichersten Sprinter aller Zeiten zu bekommen, haben wir vier neue Sicherheits- bzw. Assistenzsysteme integriert. Den Spurhalteassistenten, den Abstandswarnassistenten, auch bekannt als Collision Prevention Assist, den Todwinkelassistenten und als besonderes Highlight den Seitenwindassistenten. Der Assistent funktioniert folgendermaßen. Die ESP-eigene Sensorik erkennt, wenn Windkräfte auf das Fahrzeug wirken. Daraufhin wird durch gezieltes Bremsen einzelner Räder das Fahrzeug in der Spur gehalten und der Fahrer muss nicht gegenlenken. Der Sprinter begleitet mich nun schon mehrere Jahre in meiner täglichen Arbeit und es ist toll zu sehen, dass wir immer noch eine Schippe drauflegen können und somit unsere Kunden bei allen erdenklichen Fahrsituationen zu unterstützen und zu entlasten und sie noch sicherer von A nach B zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017